Hallo und herzlich Willkommen in der Grotte der Giganten, auch bekannt aus... Achtlein sechster Hintern. Haaa, 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 haaa. Ich musste die einfach rein drehen, entschuldigung. Ja, gut, danke, gut gemacht. Applaus, 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 Keks, ja. Huuh, hey! Danke, 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 wenn nicht nur dich gewesen. Danke, danke, danke. So. Äh, ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei den Begrüßungen, du solltest die Katze wegmachen. Achso, ja, dann grüße ich den Meriadoc. Und ich begrüße den Perigren. Ja, grüße an euch beide. Ja, und seid nicht so ein Tuck. Ja, genau, ich muss sagen, ich muss schon mit mir ringen, aber... Das ist einfach mal so. Yay, okay, wo ist das Ende? Das Ende nah. Das Ende ist nah. Ups, da sind ein paar. Echt? Oh, die haben sogar Leben vor uns. Geht noch voraus. Wow! Das war ein großer. Das war ein ganz großer. Wieso, young, die ich nur dich alle? Ich weiß es nicht, weil ich cool bin und du nicht? Das wird es natürlich sein. Das klingt realistisch. Ja, doch, das muss es eigentlich sein. Da müssen wir darunter. Ja. Da gab es beim anderen immer so ein Loch. Oh, mein Gott, das war ein Achterloch. Da konnten wir was rausholen, gell? Nee, da konnten wir... Ja, genau, wir konnten mit dem Mega... Oh, nein, nein, nein. Oh, diese Kleinen sind die allerschlimmsten. Hab sie. Nicht. Ich sag doch, die sind die allerschlimmsten. Ich hasse sie. Krieg sie nicht. So, die schlimmsten Gegner im ganzen Spiel sind die Kleinen Gumbas. Was sind in eurer Meinung nach eigentlich die schlimmsten Gegner im Spiel? In diesem Spiel hier? Oder sagen wir... Nee, sagen wir in allen Mario-Spielen. Also ich finde, der Drachenbursche ist echt ein schlimmer Gegner. Der Drachenbursche ist der Endgegner. Das ist der Bruder vom Bowser. Endgegner. Ha! Gotcha. Ich kann sie hier sogar blubbern. Rumblubbern. Oh, come on. Lass mich blubbern gehen. Oh, nee. Oh, nee. Hab das. Gut gemacht. So, einfach da unten. Siehst du? Da hinten. Wo gehst du lang? Du bist tot. Nein, ich bin Peach. Fast. Fast. Oh. Ich bin Peach. So kann man auch schnell vorwärts. Aha. Ich glaube nicht, dass es da lang geht. Nee, das war nur... Ah doch. Ah ja, das waren die zwei. Das erleichtert uns das Ganze hier doch etwas. Ja. Wir können auch beginnen übrigens. Sollten wir auf jeden Fall nutzen. Und hier alles zerstören, was uns in den Wege kommt. Wollen wir diese kleinen, nervigen. Man kommt nicht hoch. Man kann nicht schwimmen. Stimmt. Dann machen wir lieber noch ein paar Steine. Ich bin schon oben. Gut, dann komme ich zu dir. Gleich. Warte, wenn ich nach unten... Ja, so. Warten wir mal, ist die Fieger kaputt, oder? Nein, wegen dem kommt man ja hoch. Mach dich zu zur Katze, stell dich dahinter. Aber die wachen auf und jagen mich dann. Nein, die schlafen ja. Du gehst dahinter. Und ich geh da drauf. Du gehst drauf, okay. Okay, das war schlecht. Geh drauf. Ich bin nicht drauf gegangen. Ich bin lieber nach oben gegangen, aber... Ich wollte noch nicht sterben. Ist zu jung zum Sterben. Ja. Ja. Ist schön. Ja. Entschuldigung. Ja, ja. Wo ist der letzte Stern? Ja, den haben wir schon. Ja, ich wusste es aber auch auf Anhiebe nicht vorher ist. Ich weiß es nicht mehr, nein. Irgendwo da oben wahrscheinlich gewesen, wo die Fetten da rauskamen. Die dicke Peach. Jetzt fehlt noch ein Goldflagge in diesem Level. In dieser Welt. Entschuldigung. Und die ist genau hier. Ja, im schweren Sternen geschützt. Ach, das war das. Das Problem ist momentan, dass wir keine andere Sache haben, aber wir kriegen gleich andere Sachen. Meinst du? Ja. Meinst du, dass die hier schöne Sachen bei uns versteckt haben? Außer schwerer Sternen geschützt. Nein, nein, die nehmen wir nicht. Die nehmen wir nicht. Komm her. Komm her. Junge. Ich muss es ja dann nehmen. Bevor ich von den Dingern da erwischt werde. Kriegst mich nicht. Ja, aber da finde ich doch auch mal eine Katze. Das ist schwer. Da finde ich doch auch mal eine Katze, oder? Nein, du bist ja immer noch eine Katze. Nein, nimm mich mit. Ja, jetzt können wir fahren. Einfach Vollgas, geradeaus. Was ist das? Münzen. Münzen. Nja. So. Aua, das war ich. Kein Problem, schnell weiter, weiter, weiter. Ja, ja, ja. Ich klinge jetzt zwar wieder neue Kanonen, aber... Ich hole mir mal eine Kanone. Ja, mach das. Ich versuche mich derweil um diese kleinen Nettigkeiten zu kümmern. Du musst einfach nur nach oben. Du musst deine Kanone verlieren, gell? Was? Du musst dich einmal anschließen lassen, oder so. Ja, aber wann? Wann ist wohl der richtige Zeitpunkt dafür? Ja, ich bin oben. Das ist schön für dich. Da komme ich auch mit nach oben. Genau, jetzt war die richtige Zeitpunkt. Ja, genau. Und jetzt kommt noch oben. Ich mache mich noch kaputt. Jetzt kommt noch oben. Ich mache mich nicht zu Kugel, oder so war das, ja. Vergessen, ich habe mich so lange nicht mehr zu Kugel gemacht. Ich habe wohl immer die falsche Taste gedrückt. So. Nee. Oh, nö. Was gibt es denn hier? Vorsicht, nicht mich abschießen. Auf keinen Fall bin ich jetzt abschießen. Ich brauche ja doch wieder eine Kanone. Aber du kannst mich ja im Zweifelsfall abschießen. Vorsicht, geh weg, geh weg, geh weg. Meine Kugel. Auch gut. Du kannst mich ja... Du versuchst deine Kanone zu behalten und dann am Ende... Das war schlecht. Was? Wie wusstest du? Ach da. Meine Kanone müsste ich ja... Welche Kanone wieder los am Ende? Weil ich schwimme einfach zurück, wenn wir auf dem Abschnitt raus sind. So. Ach so, da ging es ja unten rum. So, da gibt es wieder Kanonen. Da war uns was versteckt. Da gibt es wieder Kanonen. Soll ich mich von denen jetzt erwischen lassen? Oder lieber noch nicht? Nö, nö, ich habe eine Kanone. Ah, du hast eine Kanone. Dann ist er top. Ich könnte dich jederzeit wieder... Erschießen. ...deskanonieren. Vorsicht, Vorsicht. Sicht. Keine. Scheiße. Ich bin tot. Nein. Kennen Sie, Toad? Ha. So, ich glaube, ist das schon zu Ende das Level? Ich weiß es nicht. Ja, wir spieren können das auch nicht. Aber Katze. Nein, ich wurde getroffen. So. Ah, das ist hier. Nicht einfach, nicht einfach. Nein, das ist die Hälfte. Aber da sind wir jetzt zur Kanone. Ja, dann... Mich nicht treffen, wirklich. Ja, ja, ja. Mittlerweile wissen wir ja, dass wir jetzt gedrückt halten können. Und uns dann nicht treffen. Ja. Jetzt einfach nach vorne zeigen. Einfach vorne. Ich glaube, da müssen wir ja drehen. Ich weiß nicht, ob wir... Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon machen müssen. Gucken wir mal, gucken wir mal. Ja, wir sind ja schon. Das ist natürlich toll, wenn beide drauf schießen. Ja, ich schieße nochmal. Ja, schieße. Vor allem, dass beide treffen. Das ist schon... Das siehst du jetzt treffe ich natürlich nicht. Das wäre dumm gewesen, wenn der Zweite jetzt auch noch getroffen hätte. Da müssen wir nicht, da müssen wir nicht, da müssen wir nicht. Da hättest du nur den Stern gegeben. Genau. Ich bin die Bremse, also keine Sorge. Du stehst auf der Bremse. Ja, 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 ja. Konnte nie wieder stehen. Jawohl, der ist weg. Der ist kein Problem mehr. Vor sich, vor sich. Ja, ich bremse doch so, dass du das genauer treffen kannst. Ich sag dir nur mal vor sich, halber Vorsicht. Ja, das war schon letztes Mal. Vorsicht, Vorsicht. Alter. Mach mich fertig. Nein. Nein, 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 nein. Okay, ich hab mein Ding verloren. Ja gut, dann fahr vorwärts, fahr vorwärts. Nein, 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 nein. Ja, ich konnte nichts machen, ich hab's hochgehoben. Ja, du sollst nicht springen bei diesen Teilen. Ja. Nicht springen. Jetzt haben wir eh verloren. Ja, jetzt müssen wir eh raus. Wir sagen, wir schaffen es jetzt am Ende so irgendwie. Was war'n da am Ende? Ich weiß jetzt nicht. Ich glaub, wir müssen von dem Teil da abspringen. Von dem? Dem Ding? Ja. Ja, probieren wir das aus. Machen wir jetzt den Leben. Ich schieße. Oder schieß du, schieß du. Schönes Ding. Ach, getroffen. Du bist ja selber Zeug von deinen Fähigkeiten. Ja, ja, der sah so aus, als ob er komplett daneben segelt. Ich brenns wieder. Keine Angst, ich hab alles im Griff. jaja das sind berühmte letzte worte sind das jawohl ist runtergefallen natürlich hab ja ich hier aber schießt doch so quer mensch viel schmerz auch nie das was ich soll da hat man ja ganz so schön aufgeschmissen wenn man da keine kanone mehr hat aber wieder zurückfahren nicht springen nicht springen ich bringe ich bringe ich bringe ich bringe du kannst dahin sägen muss dann genau auf den drauf lassen das war noch nicht erst bevor sie schießen also jetzt aber kann man das sind wir dann nehmen oder muss in der mitte oder muss bevor sie schießen gemein das ist schwer ach verdammt wieso haben wir die katze nicht mehr zu spät ja das ist echt schwer auf der kanone reiten das kann doch nur münchhausen ach schade ja ich hatte eh schon mal einen kompletten boost verbraucht da wäre eh nix mehr geworden man kann da eh so nicht so hoch springen auf den teilen aber irgendwie muss es ja gewissen es gibt gedacht mit denen dann keine ahnung weiß es nicht es geht nicht es bringt so gut wie gar nicht mehr hoch ich glaube wir nochmal machen das wird so nix oder warte mal warte mal warte mal wir pulsieren uns gegenseitig hoch du versuchst nicht ja dann komm hierher wir sind geradeaus sonst ja dann komm her ja genau und dann auch vielleicht noch auf die kanonenkugel drauf ja dann musst du aber auf mich drauf springen ja ich versuch's ja weil du kannst gleiten ja da muss ich nicht mehr rauf ne aber es müsste schon gleich wenn wir gleichzeitig springen einfach nur springen nur springen oh das war knapp ah das geht nicht das ist schwer ach schön miau na 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 Okay kinderen n aut 8 8 9 8 9 9 9 10 10 10 11 10 dort hat sich versteckt vor uns er mag uns nicht helfen damals schon schon aber man findet glaubwürdig sein kann man auch immer noch irgendwo eins ja ja man findet immer wieder welche immer irgendwas anderes jetzt und du machst dich groß und das passt und immer noch den Beispiel doch auch sehr gut aber bei dem ist es echt schwer sehr gut für den neuen Durchsatz mehr vorhin bloß das Problem dass wir die ausgerüstet und am Anfang nichts bekommen hatten wie wir uns doch erhofft hatten so Weltstern Weltstern was? Weltstern Sternehimmel wo ist es denn? wo ist es denn? wo ist es denn? ganz hinten? ganz hinten? noch weiter hinten? Ach das letzte Level ist das sogar hier hinterste Reihe ja wir wissen schwere Sternebeschütze ich muss dann sagen Ruhe auf die billigen Plätze so weit Level ist das Level schon hinten oder? ah jetzt sind die Teile weg Teile? Oh ja, sie trauen uns jetzt doch wieder was zu können hier einfach weghauen schau naja vielleicht einfach geradeaus durchfahren nein nicht springen ja du hast mich hochgeschmissen du hast mich fast runtergeschmissen diese Viecher sind mies ja wir sind sehr gut wir sind gut dabei Experten elf Leben mit elf Leben schaffen wir es zum Schluss und wenn wir beide Hände sind nee dann ist auch die Katze weg nee dann starten wir dann letztendlich aufgrund stimmt ja gut so oh ich hab die Kugeln getroffen nein ich bin vorne rumge- na ach der siehst du hier ein dicker Hund ist das so jetzt aber gut ich nehm dich mit ja auf meine Reise ins Abenteuerland hast du überhaupt noch eine Kanone nicht gell? was hier gibt's Kanone doch ja hier gibt's Kanone ah 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 ich fühl mich angegriffen nein wirklich oh nein ich wurde getroffen nicht schlimm ah das bringt sogar einiges an Münzen wenn wir das wenn wir das aufpowern aber wenn wir die uns von unten treffen dürfte das eigentlich nicht schaden oder? nein ich probier's lieber nicht aus was wir sind unter Wasser ich hab keine Ahnung ich brauch keine Kanone aber ich lass die Kamera erstmal kommen ok ja oben rum und dann gehen wir auch oben rum oben rum ist immer besser so oh da hättest du noch Zeit gegeben ja nein da haben wir mehr Zeit am Ende mit der Katze es zu versuchen genau so schaut's aus naja egal ich bin durchgekommen im Gegenteil zu dir ich ruhig war vielleicht doch nicht so eine schlechte Taktik von mir das Ding mitzunehmen oder? mhm so hier brauchen wir wieder Kanone du musst eh groß hören dann kann ich das Ding ändern ich bin eine schöne Kanone ohhhh daneben ups das hab ich bei mir schon gesagt ich wusste ich ja ich muss aufladen ja gut dann mal halten ja ja ok was das hat man noch kommen sehen ja ich wollte nicht springen weil sonst hätte es mich auch wieder runtergefallen ja du hättest nur ein bisschen nach rechts gehen müssen ja jetzt musst du bremsen gut das ja ja aber noch nicht jetzt vielleicht ist ja noch eine Kanone für mich schönes Ding nein er ist drauf komm fahr mal rückwärts wenn er hockt Entschuldigung wir holen uns einfach ein neues wir holen uns ein neues ja 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 so eins für dich ja gehst du ja ja ich geh schon knapp komm 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 wenn sie jetzt runtergekommen wäre das wäre bitter gewesen ohhhh ja ich brems wieder er brems verliert in dem Fall zieht es aber leider nicht Mist der hat noch Anlauf gehabt was was so und wir fahren rückwärts komm her komm her komm her komm her ich fange die Kanone für dich ist kein Problem wir brauchen die nicht mehr hier ja jetzt nur nicht bewegen lassen wir nicht wieder runterfallen richtig richtig ein Level Up haben wir sogar bekommen yeah so und da sind wir nein das war jetzt vielleicht ungünstig nein das ist jetzt nicht der ah doch ich kann mich auf einer Kanone treffen lassen ja 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 das ist natürlich schwerer als es nein funktioniert nicht ich hab sie getroffen in dem Moment die Kanone deswegen ja dann lag auf schau das war ein Problem hol sie dir nein ja geh doch hoch ja ich dachte die Kanone ja ich hab gedacht die Kanonen könnten mich treffen wenn ich auf der Seite hoch gehe deswegen hatte ich noch gezögert aber es ist ja am Ende alles gut ausgegangen alles gut gegangen alles gut goldene Fahne hurra hurra es fehlen nur noch 5 nur noch 5 nur noch 5 übelst schwer übelst quer quer nee ich glaube es stand da schwer es war SCQWR ach so ok SCWR SCQWR square du 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 wir müssen wahrscheinlich in die nächste Welt oder ja da fehlen uns 3 und da fehlen uns 2 ok exakt immer dann gehen wir mal weiter nicht da brauchen wir eh wieder hier gibt es eh keine Katzen also müssen wir eh wieder weg oder ja weil es hier keine Katzen gibt weil es hier keine Katzen gibt weil das Brutalo Level ist weil das weil das Hardcore ist weil das boah da sind es eh ich dran da eine Katze reicht uns ja eigentlich ja du nimmst die Katze und danach was anderes ne ich nehme jetzt was anderes hä ok ah jetzt zählt es erst ok ach das Groß zählt da nicht das Groß wird dann direkt rein jetzt ja ich nehme das Groß genau nimm dir dann die Katze dann bin ich eine Katze ich kann meine Katze oder dann nimm ja ne das Groß hilft da nicht weiter ne was hilft das Groß euch überhaupt es hilft nicht groß zu sein in dem Spiel siehst du schon ja muss ich erstmal speichern ja natürlich kann man natürlich immer erstmal speichern speichern ist wichtig so 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 da müssen wir auf jeden Fall hin was machen wir zuerst das war nicht so schwer Schatten oder gefährliche Schattenspiele ne so gefährlich waren die glaube ich nicht weil ahja das war schnell oh nein wir brauchen ja gar ich muss nehmen ah doch hat gepasst ja richtig das war sogar ziemlich gut das hast du da gerade geworfen was werfe ich da gerade ich kann Bruma-Rangswerfen du kannst Feuer werfen achso kann ich das aber ich muss zurück oh da kommt was ja da kommt was da kommt was bummiges auf uns zu ey das ist nicht so hoch gehst du da weg hörst du auf mich zu schubsen hörst du auf mich zu schubsen du solltest einfach nur aufhören mich zu schubsen ok da hoch müssen wir hat irgendwie geklappt ja da war es immer auch schon wer macht's du ich zur Katze da 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 wie ja so geht es natürlich flott ja wenn es doch nur immer so gehen würde da ja bei diesem kurzen Level da geht's dann einfach mal eine schnelle Nummer mit rein schieben das schon ja ich werde eine schnelle Nummer mit dem Land 16 schieben hier jawoll so sieht's aus dickfett Punkte das hat auch das right gesagt das kann ich ja gar nicht glauben das right glaube ich ja nicht dass das so richtig ist was fehlt noch das da oh oh das war aber auch eher schnell gell ein Level zum Verlieben zurück im Haus der 1000 Touchscreen Türen das ist schön dass wir jetzt du solltest dich zurückverwandeln du solltest dich zurückverwandeln wem sagst du das aua mich hat sich sich das erwischt na egal und da musst du mir dann irgendwie ne es ist gar nicht mal auf Zeit wäre ich lustiger wenn es auf Zeit wäre aber für uns ist es auf Zeit wir müssen alles so schnell wie möglich ja 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 schneller ja klar ha 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 Reflex das war fast ha 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 das war schlecht das war unerwartet vor allem ha 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 das war auch unerwartet ich kann die auch weg machen gut ich kann sie betäuben oh jetzt hab sie aufgedeckt das wollte ich gar nicht oh nein ah jetzt kommt der Hammertyp 2 sogar das hab ich beide erwischt sehr geil äh und das noch nicht ja Schlüssel mhm das hatte ich ganz vergessen dass es da Schlüssel gibt ja den Schlüssel zu deinem Herzen ha ha wenn man auf einmal so viele Leben ist 12 Leben Rekord liegt wahrscheinlich irgendwo 14 oder 15 ja könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben wenn ihr noch wisst was unser Lebensrekord ist viele war es vermutlich nicht wir müssen hier nichts machen oder doch ah verdammt ah ah müssen wir machen das ist schlimm genug nein ja ja nein da müssen wir nicht durch aber der Stern aber der Stern wir brauchen den Stern doch was ist da bitte 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 warte mal ich komm hallo ah ich werd groß ich bin wieder groß ey mit Bande hab ich ihn erwischt jawoll jawoll schöne Arbeit so 2 fehlen uns noch wieso fehlen uns noch 2 weiß ich nicht weil wir noch 2 übersehen haben bisher anschein nein der kommt wieder zurück darf nicht wahr sein hier ist nämlich nur einer drin äh wo ist Nummer 2 dann ich hab keine Ahnung haben wir schon wieder gedacht wir kennen das Level zu gut aber Zeit ich weiß wo noch einer ist ich weiß wo noch einer ist da hinter unten unten unterste Etage ja unten und zwar hau mal da auf das Gong da mach ich es eben ich bin groß dann brauchen wir das Ding ja links ja nicht holen rechts ist es übrigens das andere links ich hab einfach das erste gesagt was mir eingefallen ist ja du linker Sau ich bin einfach links von dir deswegen ist es hier gerade ach so ok ich will nicht so einen Fliegeteil haben aber ich wollte es mir wenn ich mir damit äh Kopfstoß machen kann so ein Zidane nee holen wir es nicht nee ganz sicher nicht hopp jetzt hab ich auch noch eins mitnehmen können wo ging es hin wo ging es hin wo mussten wir hin ganz nach oben einfach ganz nach oben ach ja stimmt das war das wo man nicht äh irgendwie drauf springen konnte von der Seite versuchte ihn mal zu kriegen deswegen brauchte man den Gatto ja dann geh bitte nicht nicht voran ich geh in Deckung ich nehm die Wolken als Deckung ja tu das ach der war das ach der war das du machst die Katze mach ich na du musst ne andere Katze nagen na unsere Katze ist auch noch weg ach komm das ist doch wie geht das denn ah ja ne ja ich bin doch gescheit nach oben gesprungen ah man oh das Spiel regt manchmal auf mhm das war wieder der der fragt wie er was von der Festplatte löscht ja super toller Typ ja muss man kennen die Festplatten löscher ich glaube wir werden jetzt hier die Folge nein 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 wir werden schaffen er will das jetzt eiskalt machen da kennt er nicht wir haben jetzt nur diese eine Katze ich möchte die nicht Katze bin sie hat dann nicht vor siehst du kannst du doch kein Ding mach auf wir kriegen wir auch nichts anderes oder ne ne kriegen wir ja nichts das heißt du bist jetzt der wichtigste Mann hier ja dann geh ich wohl vor ja dann lass mich von sowas hier erwischen schau mal ob es da noch was für mich gibt nein Vorsicht geh weg 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 ich bin ja selten so besorgt um dich gewesen danke Vorsicht der kommt zurück nein kommt er nicht wir kommen immer zurück sneaky cat nein Schlüssel ja hol du den Schlüssel ja dann mach auf mach ich Menschenskinder hier ja komm her, komm her, komm her nehme ich mit nehme ich mit aus deiner kleinen Arrestzelle zelle kombas blöden ah ja das haben wir was da auf uns wo wir hin werfen nirgendwo mehr so ich halte es ja immer noch für eine krasse idee was wir davor haben der ist nicht so schwer vorsicht dass da nicht gleich vorne was kommt nämlich mit wirf wow was hab ich gesagt hat er geworfen reicht ja wenn wir oben schade ich dachte der trifft ihn auch noch war mir leider nicht vergönnt vorsichtig vorrennen niemals vorrennen ich geh jetzt mal da durch war knapp ich hätte mir nur die sterne wollen ich will da nicht aufmachen da wirft einer ja ich die andere Seite wirft doch auf die ha ha auf den Schlüssel Mensch triffst aber auch gar nichts ja ihr bohrs du triffst ja gar nichts nein du triffst gar nichts ich hab ihn getroffen ja aber jetzt musst du auch noch den Schlüssel treffen ja hab ich doch auch gemacht alles kein Problem hier ja vorsicht da kommt was bleib bitte mit ja 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 ich schleiche haha sehr schön das war schön das war wirklich schön komm ich stell mich direkt mal da drauf ich versuche einfach nur einfach den gong treffen und den Schlüssel nehmen hui da kommst du gleich als erster raus das ist vielleicht gar nicht so optimal aber du kannst dir so ein Ding auf den Kopf setzen wieso kommen wir als erster raus wir kommen gleichzeitig raus oh Gott jetzt wird schlimm vorsicht die Viecher sind gefährlich nein lass ihn in Ruhe weil es mein Leben kostet ich werde ihn verteidigen haha bis zuletzt nimm mir eins von denen und dann fliegen wir beide hoch glaub ich die schnellste Variante oh Hammer Brüder ha und jetzt jetzt musst du dich noch einmal auf den Hammer Brüder treffen lassen wollen oder warte 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 wir können ja auch so versuchen einfach hoch zu fliegen ha ha ja das habe ich zwar nicht ganz gesch- ach komm so hätte man es schaffen können dann erst mal richtig aber da kamen wir wieder nicht drauf haha egal beim zweiten Versuch haben wir es so dann doch irgendwie geschafft ja im dritten Versuch vierten Versuch ja ja wissen wir leider auch nicht ja wenn man zu blöd ja entschuldigung nein nicht er sondern wir sind zu blöd ja ne damals warst du auch ziemlich blöd ich bin immer blöd du bist du hast immer wenn es um sowas geht du hast immer die grünen Münzen zuerst genommen äh zuletzt genommen die unten waren weißt und dann musste man nochmal Suizid begehen damit man die letzte bekommt ich weiß so äh den die Flotte der Riesen sollten wir aber beim nächsten Mal machen ja dann machen wir es auch beim nächsten Mal bis dann eine wunderbare Zeit und möge äh Crusher mit euch sein der steht hier gerade so auf dem Tisch Servus